Und lasst uns das nächste Kölnstück vorheizt, den linken Rang. Leonie Klinow und Stella. Den zweiten Rang war er aus der Klinik mit der Händelung. Und er schlagt in der Ausstelle mit Klinik. Herzlich willkommen! Ich will dir sagen, dass ihr euch alles am Flanier gesehen habt. Die Einzelnen sind bei mir im Ordner. Unsere Schule läuft auch wieder. Ich wünsche euch, dass ihr euch alle seid. Herzlichen Glückwunsch!